Kurz Werbung in eigener Sache, wir haben ja eine große Deutschland-Tour geplant. Leider, und es bricht mir wirklich das Herz, das sagen zu müssen, werden wir sie in dieser Form nicht machen können und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Vielleicht können wir euch das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt erzählen. Dafür ist es jetzt leider noch zu früh. Es bricht uns das Herz, dass wir das nicht machen können. Wir werden euch natürlich alle, die ein Ticket gekauft haben, nochmal persönlich anschreiben via Mail. Macht euch keine Gedanken. Euer Geld ist nicht verloren. Ihr kriegt natürlich eure Tickets zurück. Aber für alle Kölner haben wir eine gute Nachricht. Ein kleines Trostpflaster sozusagen, weil wir, wie Friedrich schon sagte, es brach uns das Herz, diese Entscheidung und bricht sie uns immer noch. Und wir konnten uns nicht so ganz hundertprozentig dann eben von allem trennen und haben gesagt, in unserer Heimat Köln, wenigstens da, wenigstens das schaffen wir irgendwie. Deswegen bleibt der geplante Termin in Köln, das ist der 3.11., alles wie gehabt. Wir verlegen allerdings die Location, da wird es auch noch ausreichend Infos zu geben, nur dass ihr das einmal gehört habt. 3.11., da bleibt. Kauft euch gerne dann dafür die Tickets, falls ihr für andere Städte schon eins gekauft habt. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr kommt. Das wird so ein bisschen, ja, das wird schön persönlich. Wir freuen uns, wenn wir euch da alle treffen können, wenn wir dann ganz lange danach auch noch Zeit haben zu quatschen und einfach einen schönen Abend mit euch verbringen können. Deswegen kommt nach Köln. Wir freuen uns. Ja, es wird so ein Live-Auftritt, also damit ihr euch das vorstellen könnt, es wird 90 Minuten live sein. Wir werden eine lange, lange Folge machen. Wir werden vielleicht auch einen Special Guest dabei haben. Eine kleine Überraschung. Und, was uns aber auch ganz wichtig ist, am Ende haben wir ja halt dieses Meet & Greet und es wird quasi, ja, Live-Auftritt mit vielleicht anschließend sogar kleiner gemeinsamer Party, um auch einfach nochmal uns, euch und den Podcast zu feiern. Also, wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Kauft euch ein Ticket. Wir versprechen euch, dass es sich lohnen wird. Jetzt geht's los mit der Folge. Angelina Jolie und Brad Pitt waren lange das Hollywood-Paar schlechthin. Ihre Beziehung war allerdings auch immer schon ein Thema. Allein ihr Kennenlernen war ja sprichwörtlich filmreif. Und es startete schon irgendwie dramatisch, vor allem mit dem Trennungsdrama von Jennifer Anderson und Brad Pitt. Und zugegeben auch ich, Fredi, war ziemlich heartbroken. Und auch jetzt bei der Recherche habe ich wieder gemerkt, irgendwie, wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Und selbst jetzt, Jahre nach ihrer Scheidung, ist die Beziehung der beiden noch Gesprächsthema, also von Brad Pitt und Angelina Jolie, mittlerweile vor allem wegen diverser Rechtsstreitigkeiten und unschöner Details, die über das Verhalten von Familienvater Brad Pitt ans Licht gekommen sind. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wir haben diese Folge schon lange auf unserem Zettel tatsächlich, haben uns die ganze Zeit immer überlegt, wann machen wir sie denn mal? Und jetzt haben wir irgendwie einen schönen Aufhänger gehabt, dachten wir, nämlich Anfang September 2024. Da waren die Filmfestspiele in Venedig, oder da fingen sie an. Und Brad Pitt war vor Ort genauso wie Angelina Jolie, denn beide waren dort wegen ihrer neuen Filme. Brad Pitt hat zusammen mit George Clooney Wolves präsentiert und Angelina Jolie hat ihren Film Maria präsentiert, indem sie die Opernlegende Maria Callas spielt. Und man wusste schon vorab also, okay, beide werden da sein, beide sind in Venedig. Wie wird das ablaufen? Werden die sich über den Weg laufen? Was wird vor Ort vielleicht getan, dass das eben nicht passiert? Und genau so war es auch. Die Zeiten der Premieren, die wurden extra und der ganzen Veranstaltung wurden extra so gelegt, dass beide nicht gleichzeitig auf diesem Festival erscheinen müssen. So ist es zum Beispiel dann so gewesen, dass Jolie einen Tag vor Pits Ankunft wieder abgereist ist, damit es eben keine zeitlichen Überschneidungen gibt. Also das war von den Veranstaltern und den Organisatoren, die müssen da irgendwie, ich stelle es mir so vor, dass die in so einem Krisenraum saßen und so eine riesen Wandtafel vor sich hatten mit so Punkten, wer kann wo wann sein und wie machen sie das? Dass das eben genau nicht passiert. Auch die Hotels wohl, das ist richtig krass. Die haben immer alle ein Hotel, wo die dann schlafen, die Promis in Venedig. Und da war es irgendwie so, dass Brad Pitt in dem einen, Angelina Jolie in dem anderen dann nächtigte. Also alles total irre. Zumal man sagen muss, Brad Pitt kam auch mit seiner neuen Freundin, Ines de Ramon. Er nahm sich das erste Mal mit auf den roten Teppich. Die beiden sind seit ungefähr zwei Jahren zusammen. Ach so lange schon? Also munkelt man, so richtig offiziell ist es jetzt eben schon seit etwas längerer Zeit, aber jetzt der erste öffentliche Auftritt. Und jetzt stell dir vor, Angelina Jolie wäre da irgendwo in der Nähe gewesen und hätte die da mitgenommen. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre mit den Veranstaltern. Ich hätte es gerne gesehen. Ich glaube, sie hätte es cool gespielt, aber Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn auch, wie, da sieht man mal, was sie für einen Stellenwert in Hollywood haben, wie mächtig sie sind in Hollywood, dass eine ganze Veranstaltung, und es ist ja eine sehr große Veranstaltung, sich wirklich auch danach richtet. Und ich musste gerade so lachen, weil du meintest mit diesem, ja, mit dem Bild und wer sitzt neben wem. Es gibt bestimmt irgendein unglückliches Ex-Pärchen, das nebeneinander gelandet ist. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wo es irgendwie schiefgegangen ist. Ja, Wahnsinn, den Job hätte ich auch nicht gerne, aber ja, ich bin sehr gespannt, was du gleich erzählen wirst, darüber, warum die denn noch so, ja, warum das so krass zwischen den beiden ist, dass sie sich nicht über den Weg laufen können. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwann Brangelina nicht mehr verfolgt, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, Nina, was du herausgefunden hast. Aber ich fange heute mal an mit der Romanze. Also, ich meine, es gab ja auch mal schöne Zeiten bei den beiden, sehr, sehr schöne Zeiten. Und ich habe mich gefragt, wie ging es bei den beiden eigentlich nochmal los, so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wir müssen eigentlich sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen, und zwar wie immer. William Bradley Pitt, ich wusste auch gar nicht, dass er William heißt, auch sehr schön, ich finde den Namen sehr schön. William Bradley Pitt wurde am 18. Dezember 1963 in Oklahoma geboren. Er wuchs mit seinen zwei jüngeren Geschwistern und seinen Eltern in Springfield, Missouri auf. Springfield, ich weiß jetzt nicht, ob Trump dieses Springfield meinte. Das ist der Moment in den Schlagzeilen, weil er ja gesagt hat, dass dort Katzen und Hunde gegessen werden. Ein kleiner Sidekick hier an dieser Stelle. Und ursprünglich studierte Brad Pitt Journalismus, Nina, und plante eine Karriere in der Werbung. Fand ich auch interessant. Doch er schloss das Studium nicht ab. Stattdessen fühlte er sich der Schauspielerei hingezogen und zog dann nach Hollywood. Und um sich dann in Hollywood über Wasser zu halten, weil er jetzt nicht aus Schauspielfamilien gekommen ist oder aus reichem Elternhaus, arbeitete er als Chauffeur und als Werbemaskottchen für eine Fastfoodkette. Ja, und damit finanzierte er sich dann auch seinen Schauspielunterricht. Und da hat er dann sieben Monate lang hart gearbeitet und bekam dann, und ich finde das auch eigentlich schon wieder recht schnell, ja, seine erste Chance auf eine kleinere Rolle in einer Serie. Und Ende der 1980er Jahre trat er als Randy in einigen Episoden der beliebten Serie Dallas auf. Sein Durchbruch kam im Alter von 28 Jahren, als er 1991 in Thelma und Louise einen attraktiven Cowboy spielte. Seine Szene war wirklich nur ziemlich, ziemlich kurz, ein paar Minuten lang, aber er sah halt so gut aus, ja, dass er direkt zum Sexsymbol wurde. Und kurz darauf war er dann auch direkt in einem Film von Robert Redford, Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Das war auch ein Oscar-prämierter Film über zwei Bruder. Und 1993 war er dann in einem Roadmovie California, er war dann auch in einem weiteren Film und sein endgültiger Durchbruch, könnte man eigentlich sagen, war dann 1994, als er an der Seite von Kirsten Dunst und Tom Cruise in dem Film spielte, Interview mit einem Vampir. Und noch im selben Jahr folgte dann die Romanverfilmung Legenden der Leidenschaft, wo er dann auch seine erste große Nominierung bekommen hat, und zwar für den Golden Globe. Und ja, er war halt natürlich nach Legenden der Leidenschaft der Frauenschwarm in Amerika mit seinen langen, blonden Haaren, wie er da mit dem Pferd durch die Prärie geritten ist und so. Ich habe mir den letztens witzigerweise nochmal angeguckt und der ist wirklich auch gut. Und Brad Pitt sieht einfach fantastisch in dem Film aus. Und er wollte aber weg von diesem Sunnyboy-Frauenschwarm-Image und deswegen hat er dann so Filme angenommen wie Sieben, wo er dann an der Seite von Morgan Freeman einen Ermittler spielt in so einer ganz spektakulären Mordserie, ist auch ein sehr guter Film. Danach kommen Filme wie Fight Club auch sehr gut, Twelve Monkeys, hat er seine Oscar-Nominierung bekommen und natürlich die Oceans-Filme und, und, und. Also ich will jetzt nicht jeden Film aufzählen, wir halten auf jeden Fall fest. Brad Pitt wurde und ist immer noch eine der größten Hollywood-Stars. Und während er ja schon angefangen hat zu Schauspielern, war Angelina Jolie ja noch recht klein. Sie wurde am 4. Juni 1974 in Los Angeles geboren und hat einen ganz anderen Start ins Leben. Ihre Eltern sind nämlich beide Schauspieler, berühmte Schauspieler und ihr älterer Bruder wurde dann ebenfalls Schauspieler. Und schon im Alter von 5 Jahren stand Angelina zum ersten Mal vor der Kamera und zwar an der Seite ihres Vaters John Voight in der Komödie 2 in der Tinte. Und obwohl ihr Papa bereits erfolgreich war, wuchs Angelina Jolie wohl in bescheidenen Verhältnissen auf. Also sie haben jetzt nicht den Hollywood-Glamour zu sehr, als sie sich nach Hause geholt. Und Angelina Jolie hatte es tatsächlich nicht immer ganz leicht. Sie sah ja, was sie jetzt so schön macht mit diesen Augen und diesen Lippen. Dafür wurde sie halt eben auch als Kind gemobbt. Und in der Zeit, wo sie an der Beverly Hills High School war, wurde sie auch aufgrund ihrer unmodischen Kleidung gemobbt. Man sagt, dass sie in eine Depression gestürzt ist, dass sie auch in eine Drogensucht abgerutscht ist. Also eine Nanny hat mal einen Artikel oder einer Zeitung ein Interview gegeben, wo sie auch wirklich davon gesprochen hat, dass Angelina Jolie ja auch schon Heroin ausprobiert hatte, recht früh. Und halt wirklich auch eine sehr unsichere junge Frau war. Doch die Schauspielerei bot ihr so ein bisschen den Ausweg daraus und die Möglichkeit, sich auszudrücken und Selbstvertrauen aufzubauen. Und ja, um ihre Karriere zu fördern, nahm sie dann auch Schauspielunterricht und verdiente sich zusätzlich Geld durch Modeljobs. Wie schon gesagt, ganz am Anfang, also ihre Karriere nahm jetzt nicht so schnell Fahrt auf wie die von Brad Pitt. Sie war am Anfang in Low-Budget-Science-Fiction-Filmen zu sehen. Ihre erste bedeutende Rolle war 1997 im Thriller Playing God. Da war sie dann zum ersten Mal an der Seite eines berühmten Schauspielers. Und 1998 machte sie dann einen weiteren Schritt nach vorne. Sie erhielt ihre erste Aufzeichnung für ihre Auftritte in der Filmbiografie Wallace und dem Spielfilm Gaya oder Gaya Preis der Schönheit. Und dann ging es immer so weiter und sie hatte dann mehreren Filmen mitgespielt. Und dann kam es zu einem Film, also es gab noch einen Film mit Sean Connery an der Seite und 1999 spielte sie dann in der Kommune Turbulenzen und andere Katastrophen an der Seite von John Susack und Billy Bob Thornton. Und ja, in diesem Film spielte sie die Frau von Billy Bob Thornton. Und wie viele von euch bestimmt wissen, war das ja dann eine Rolle, die sie auch später im echten Leben einnehmen sollte, wenn auch nur für drei Jahre. Weil im Mai 2000 heiratete Angelina Jolie den 20 Jahre älteren Schauspieler Billy Bob Thornton. Sie war vorher schon einmal verheiratet, auch mit dem Schauspieler. Das war also ihre zweite Ehe. Und warum erwähne ich das hier an dieser Stelle? Weil die beiden zusammen 2002 einen kambodschanischen Jungen adoptierten. Und nach ihrer Scheidung 2003 erhielt Angelina Jolie für Maddox das alleinige Sorgerecht. Also Maddox war sozusagen das Adoptivkind, nicht wahr, sozusagen, sondern wahr, das Adoptivkind von Billy Bob Thornton und Angelina Jolie. Naja, und sie etablierte sich dann so langsam in Hollywood. Es gab so ein paar Sachen wie Filme für Turbulenzen und Knochenjäger, wo sie halt, naja, die Kritiken so ein bisschen gemischt waren. Aber 2000 gewann sie dann den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in Durchgeknallt. Und in nur 60 Sekunden der Film mit Nicolas Cage war sie auch in einem richtigen Blockbuster. Aber ich würde sagen, zur Legende wurde sie mit dem Film Lara Croft Tomb Raider. Da hat sie diese ikonische Rolle gespielt. Und das muss man auch wirklich sagen, viele, viele verbinden Angelina Jolie einfach noch mit diesem Film. Und auch danach gab es natürlich noch weitere erfolgreiche Filme, in denen sie mitgespielt hat. Aber das war so ihr Durchbruch. Und man sagt ja ganz oft, dass der Arbeitsplatz nach wie vor eine der besten Gelegenheiten ist, um neue Liebschaften oder neue Beziehungen zu schließen. Angelina Jolie hat es zweimal bewiesen mit zwei vorherigen Ehemännern. Und deswegen, Hollywood bildet da natürlich auch keine Ausnahme, weil auch Brad Pitt seine Partnerin am Set kennenlernte. Zum Beispiel Gwyneth Paltrow. Die haben in dem Film Sieben zusammengearbeitet. Die waren dann auch lange zusammen. Und Angelina Jolie begegnete er dann erst später bei der Action-Comedy Mr. und Mrs. Smith. Aber zu dem Zeitpunkt war er ja noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Jennifer Aniston hat er kennengelernt übrigens durch einen gemeinsamen Agenten. Der hat die beiden verkuppelt. Also die Hollywood-Bubble ist klein. Ich finde es irgendwie weird, dass Agenten-Schauspieler verkuppeln. Aber so be it. Es hat ja bei Brad Pitt und Jennifer Aniston auch sehr gut funktioniert. Bis 2005, als er dann Angelina Jolie kennengelernt hat. Und Courtney Cox ist ja die beste Freundin von Jennifer Aniston. Und ich habe ein altes Interview gefunden von 2005. Und das würde ich gerne mal vorlesen. Was sie gesagt hat zu dieser ganzen Dreiecksbeziehung am Anfang. Courtney Cox sagte mal, ich glaube nicht, dass er eine körperliche Affäre begonnen hat. Aber ich denke, er fühlte sich zu ihr hingezogen. Damit meint sie Angelina Jolie. Courtney Cox und ihr Ehemann David, die waren halt kurz vor der Trennung von den Pits von Jennifer und Brad zusammen im Urlaub. Und sie sagte dann, es gab eine Verbindung von ihm und Angelina. Und er war sehr ehrlich darüber gegenüber Jen. Die meisten Menschen, wenn sie sich jemand anderem hingezogen fühlen, sprechen nicht darüber. Zumindest war er zu diesem Zeitpunkt ehrlich. Es war eine Anziehung, gegen die er eine Zeit lang gekämpft hat. Und das war natürlich richtig, richtig hart. Und vor allem für Jennifer Aniston. Und deswegen müssen wir noch mal ganz kurz einmal über Jennifer reden, die wirklich extrem gelitten haben muss. Ich muss auch an dieser Stelle einmal sagen, man kann sich dumm und dämlich suchen, wenn es um Jennifer Aniston, Brad Pitt, Angelina Jolie geht und um das ganze Leben von denen. Also ich versuche hier ein Wrap-up zu machen. Ich versuche mich auf die Beziehungen oder diese Dreiecksbeziehungen zu konzentrieren. Mit Sicherheit gibt es noch viel mehr Informationen, was es hier nicht in die Folge geschafft hat. Einfach nur mal ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Also, Jennifer Aniston hat extrem gelitten, als natürlich Brad Pitt sich von ihr getrennt hat für eine andere. Denn eigentlich waren die beiden ja das Hollywood-Paar bis zu dem Zeitpunkt. Sie waren glücklich, sie waren beliebt. Und sie dachte, Jennifer Aniston dachte, naja, dass Brad Pitt der Mann für den Rest ihres Lebens ist. Und wenn dann natürlich nicht der Film Mr. und Mrs. Smith um die Ecke gekommen wäre. Und das Thema Familie. Denn Jennifer und Brad sollen eine unterschiedliche Vorstellung über das Thema Familiengründung gehabt haben. Brad soll immer wieder geäußert haben, dass er den Wunsch nach einer großen Familie hat. Wobei Jennifer sich in der Öffentlichkeit nicht immer eine klare Stellung bezogen hat zu ihrem eigenen Wunsch, was Kinder angeht. Und so wirkte es eher, so hat die Medien es oft dargestellt, als würde sie gar keine Kinder wollen. Und Brad würde die große Familie haben wollen. Das stimmte aber gar nicht. Denn kurz nach der Trennung, 2005, sagte sie in einem Interview, dass sie natürlich Kinder haben wollte. Und eigentlich das in dem Jahr 2005 geplant hatte. Sie war bereit dazu, ihre Karriere hinten anzustellen. Sie war bereit dazu, sich da jetzt drauf einzulassen. Und in dem Jahr, wo sie es eigentlich angehen wollte mit Brad, hatte er sie dann verlassen. Und nach der Trennung wurde von Jennifer immer ein ziemlich hartes Bild auch gezeichnet. Sie musste immer wieder bösartige Gerüchte über sich selber lesen. Sensationell oder frauenfeindliche Geschichten, die natürlich behaupteten, der wahre Grund für das Ende der Ehe sei, dass Jennifer sich geweigert habe, Pitt ein Kind zu schenken, weil sie halt so ehrgeizig sei. Und dass es nur um ihre Karriere für sie ging. Und auch dazu hat sie dann echt Stellung bezogen. Kurz nach der Trennung in einem Rieseninterview. Und das würde ich einfach auch gerne vorlesen. Dann zitiere ich sie einfach. Und sie sagte nämlich dazu, ein Mann würde niemals beschuldigt werden, Karriere über Kinder zu stellen. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich habe nie in meinem Leben gesagt, dass ich keine Kinder haben möchte. Ich wollte Kinder, ich will Kinder und ich werde Kinder haben. Die Frauen, die mich inspirieren, sind die, die Karriere und Kinder haben. Warum sollte ich mich selber einschränken? Ich habe immer Kinder haben wollen und würde diese Erfahrung niemals für eine Karriere aufgeben. Ich möchte alles haben. Und das ist ja dann schon wieder ein ganz anderes Bild, als das, was in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde. Und Freunde von Jennifer bemerkten damals auch immer sehr sarkastisch, dass Brad Pitt mehr hätte tun können, um diese bösartigen Gerüchte zu widerlegen. Also er hätte sich viel mehr für Jennifer einsetzen können, auch noch in der Zeit, wo sie zusammen waren. Weil es sah ja immer so aus, als würde sie sich weigern, ihm ein Kind zu schenken. Hätte er natürlich gegen vorgehen können. Aber so hat er natürlich diesen Eindruck verstärkt, dass er guten Grund hatte, sie für, wie manche Leute damals geschrieben, Erdmutter Jolie zu verlassen, was natürlich echt einfach auch ein bisschen geheuchelt ist. Und weil, ich habe dann nämlich auch weiter recherchiert, ein gemeinsamer Freund auch in dem Jahr 2005 sagte, als Brad und Jen noch verheiratet waren, war ein Baby niemals Priorität für ihn? Überhaupt nicht? Es war für ihn ein abstraktes Verlangen, während es für Jen viel unmittelbarer war. Gibt es also einen Teil von Brad, der diabolisch ist? Hat er gedacht, ich muss aus dieser Ehe raus, aber ich will dabei gut dastehen, also werde ich Jen als ultra-feministisch darstellen lassen und mich selbst als der arme, arme Ehemann, der kein Baby bekommen konnte und deshalb weitermachen musste? Und deswegen habe ich diesen Bogen nämlich auch gemacht, wegen diesem Zitat, weil ich finde diese Aussage schon ganz schön krass von 2005, von den gemeinsamen Freunden, dass halt dieses Außenbild ein ganz anderes war, als wie es nach innen getragen worden ist und dass Brad praktisch seine Jennifer und er wollte scheinbar aus dieser Beziehung irgendwie raus, ihr nicht den Rücken gedeckt hat, sondern eher sie hat dastehen lassen als diese Frau, die böse, böse Frau, die keine Kinder will und er als der arme, traurige Jungmann, der eine große Familie haben will, aber es einfach nicht mit ihr machen kann und deswegen weitermachen muss. Also das fand ich schon sehr bezeichnend und das können wir uns ja vielleicht auch mal später merken für später, weil vielleicht passt das ja dann doch auch ganz gut. Nina nickt schon zu deinem Teil und was bei Jennifer und ich bin einfach ein Jennifer Aniston Fan, ist, dass sie war ja so heartbroken und sie versuchte, ihre gescheiterte Ehe zu verarbeiten und nachdem Brad Pitt, das werden wir gleich mal drauf eingehen, gefühlt sofort an die Öffentlichkeit gegangen ist mit Angelina Jolie und auf Wolke 7 schwebt und sich schon als perfekte Familie darstellt und inszeniert, hat sie sich total zurückgezogen in den Haus im Malibu, um ihre Wunden zu lecken und um diese gescheiterte Ehe zu verarbeiten und sie sagt halt noch in einem Interview nach der Trennung, ich fühle mich immer noch so glücklich, diese Erfahrung gemacht zu haben, ich wüsste jetzt nicht, was ich weiß, wenn ich nicht mit Brad verheiratet gewesen wäre. Ich liebe Brad, ich liebe ihn wirklich, ich werde ihn mein Leben lang lieben, es war eine wunderschöne, komplizierte Beziehung. Also sie hat immer, egal, hat immer noch Stellung zu ihm gehalten und zu ihrer Ehe, sie hat nie ein schlechtes Wort darüber verloren, das fand ich immer sehr stark, zumindest am Anfang nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie dann vielleicht später nochmal kam. Und dann wurde sie natürlich gefragt, ja, wo ist es schiefgegangen, was ist passiert? Und dann hat sie gesagt, das ist kompliziert und sie sagt, zum Beispiel, sie sagt, es liegt gar nicht an den Kindern oder es liegt auch nicht an Brad oder an mir, es liegt daran, dass sich die Beziehung verändert hat und dass die beiden sich verändert haben. Sie haben zwar ihr Bestes gegeben, aber es hat einfach nicht funktioniert und am Ende wird halt herausgearbeitet und das, glaube ich, ist auch das Passendste, warum die beiden sich am Ende getrennt haben, ist, dass Jennifer Aniston der Ehe sehr verpflichtet war, aber Brad Pitt so ein bisschen herausfinden wollte, wer er ist und was er eigentlich will. Und er musste, naja, er wusste nicht, wer er ist und er wusste scheinbar nicht, was er möchte und er wollte es nicht verheiratet tun. Sie wollte, dass er natürlich ihm, oder sie wollte ihm die Freiheit geben, rauszufinden, was er möchte und natürlich aber verheiratet bleiben. Und er dachte, er könnte das aber nicht. Und dann waren sie natürlich an diesem Punkt, dass Jennifer sagte, okay, dann geh halt raus und finde raus, was du möchtest. Und während dieser kleinen Ehekrise und während dieses Zeitraums hat natürlich, fing das alles an mit Mr. und Mrs. Smith, mit den Filmarbeiten. Also er lernte Angelina Jolie kennen und dann fing das so ein bisschen an, dass er auf einmal, ja, auf einmal unzufrieden wurde und auf einmal nicht mehr wusste, ob das mit der Ehe so das Richtige ist und hat ja dann auch, wie gesagt, Jennifer erzählt, von dieser Anziehungskraft. Also da fing es so ein bisschen an, ruckelig zu werden, zusätzlich zu den Problemen, die sie vorher eh schon hatten. Brad Pitt bestand aber die ganze Zeit darauf, dass Angelina Jolie nicht die Ursache seiner Unzufriedenheit in der Ehe ist. Aber natürlich wird uns seine Handlung später, nach der Trennung, uns eines Besseren belehren. Die Frage, und das fand ich auch Wahnsinn, Jennifer Aniston wurde natürlich auch gefragt, ob sie glaubt, dass sie von Brad Pitt vor der Trennung betrogen wurde. Und sie sagte auch dazu, finde ich auch wahnsinnig stark, ich entscheide mich, meinem Mann zu glauben. Im Moment würde mich nichts überraschen, aber ich ziehe es vor, ihm zu glauben. Also ich glaube, sie wollte sich einfach selber schützen. Sie konnte sich alles vorstellen, aber hat es so ein bisschen von sich weggeschoben. Tja, und wie schon gesagt, die beiden trennten sich 2005 und die großen Probleme fingen an 2004, weil in diesem Sommer 2004 Angelina Jolie und Brad Pitt sich bei den Dreharbeiten zu Mr. und Mrs. Smith kennenlernten. Und natürlich, obwohl sie am Anfang Beziehungsgerüchte dementierten, geben die beiden sehr viel später zu, dass sie bereits damals ineinander verliebt waren. Also das Ganze, was Brad Pitt vorher gesagt hat, dass Angelina Jolie nichts mit seiner Unszufriedenheit zu tun hat, ist natürlich kompletter Bullshit gewesen. Sie haben damals aber natürlich alles hinterm Berg gehalten, weil Brad Pitt noch verheiratet war. Und es gibt einen Ex-Leibwächter, der hat mal erzählt, wie die beiden sich am Set angenähert haben. Und irgendwie ist das aber auch ganz cute. Er sagte, es war, als wäre man in der Highschool und würde Zettelchen zwischen Freunden hin und her reichen. Ihm war auch sehr schnell klar, dass zwischen den beiden eine ganz besondere Chemie herrscht. Und er sagte, er könnte sich vorstellen, wo das Ganze hinführt. Außerdem hat der Schauspieler dann, also Brad Pitt, ihm auch gesagt, ja, wie er sich fühlt in der Nähe von Angelina Jolie. Und dann sagt er nur dazu, Brad hat mir gesagt, es wäre, als sei ein Tornado gekommen und habe ihn mit sich genommen. Also Angelina Jolie hat den Schauspieler sprichwörtlich umgehauen. Und andere Quellen sagen halt, dass auch das Brad von Angelina besessen war. Also er war wahrscheinlich einfach, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, Angelina Jolie ist so eine Erscheinung, so eine Naturgewalt auch an Frau, dass das ein Mann umhauen kann, sprichwörtlich. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, sie ist so ein ganz krasser Typ von Angelina. Man liebt es oder man steht gar nicht drauf. Und ja, es ist scheinbar so, obwohl Brad verheiratet war, kam halt Angelina um die Ecke und hat ihn umgehauen. Und dann wollte er einfach nur noch mit ihr zusammen sein. Im Januar 2005 im Zuge der Brangelina-Gerüchte gaben dann Brad Pitt und Jennifer Aniston nach fünf Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Im März 2005 reichte dann Jennifer Aniston aufgrund von unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein. Sie sagten damals, dass ihre Trennung nichts mit den Schlagzeilen von Brangelina in den Medien zu tun hätte, was natürlich Quatsch ist. Weil nur vier Monate später, und das finde ich so krass, also eine Ehe scheitert, eine Scheidung, und nur vier Monate später, während Jennifer Aniston noch ihre Wunden leckt, fliegt Brad Pitt mit Angelina Jolie nach Äthiopien, um die sechs Monate alte Sahara zu adoptieren. Also Angelina Jolie ist da hingezogen, hingeflogen, um ihre Tochter zu adoptieren, ihr zweites Kind, und Brad Pitt begleitet sie auf dieser ganzen Reise. Kurz vorher kam auch noch in einem V-Magazin unter dem romantischen Titel Domestic Bliss eine ganze Reihe an Fotos raus, wie die beiden sich als Familie inszenieren, finde ich auch den übelsten Schlag ins Gesicht für Jennifer, dass er jetzt auf einmal nach vier Monaten dann auf einmal seine perfekte Familie hat und das direkt auch so inszeniert. Tja, das war also alles sehr schnell, sehr ernst. Angelina und Brad wurden schnell zu einem der bekanntesten Paare der Welt, obviously. Sie wurden oft zusammen bei Veranstaltungen gesehen, sie setzten sich gemeinsam für zahlreiche wohltätige Zwecke ein, also das war ja wirklich, darauf werde ich aber jetzt nicht weiter eingehen, aber das war ja Wahnsinn, und das ist ja Wahnsinn, ihr gemeinsames Engagement, die Arbeit verliebt bei den Vereinten Nationen, ihre zahlreichen Spenden für Hilfsorganisationen auch in Millionenhöhe, spiegelt natürlich ihre beiden tiefen Verbundenheit wieder, aber das war auch irgendwie, also ich fand das auch schön, ich finde Angelina Jolie wurde für mich dann auch, hat so einen Imagewandel hingelegt, also früher war sie ja so ein bisschen dieser verruchte Vamp, der immer aneckte, sie war, hatte immer diese älteren Männer, dann hat sie ja mit ihrem Bruder auf dem roten Teppich rumgeknutscht, also sie war irgendwie so ein bisschen schwer zu greifen und dann wurde sie halt irgendwie zu dieser unglaublichen Frau, die sich auf der ganzen Welt humanitär einsetzt und Brad Pitt fing an, sie dabei zu unterstützen, also obwohl ich Jennifer Aniston-Fan war oder bin, fand ich dann die beiden als Paar doch recht stark am Anfang und ja, im Januar 2006, das finde ich auch so krass, drei Monate nach, nachdem die Scheidung durch war von Brad und Jennifer, verkündeten Brangelina, dass sie ihr erstes Kind erwarten und dass Engineer Jolie schwanger ist, obwohl sie immer gesagt hat, sie möchte gar keine eigenen Kinder, sie möchte nur Kinder adoptieren, wurde sie dann von Brad Pitt schwanger und Maddox und Sahara änderten dann in der Zeit ihre Nachnamen zu Jolie Pitt und darauf war natürlich dann auch Brad Pitt rechtskräftig der Vater von den beiden Adoptivkindern und es scheint jetzt halt eben so, als hätte Brad endlich die große Familie, die er sich immer gewünscht hat und die ihm vorher, ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstriche, verwehrt wurde. Im Mai 2006 wurde Shiloh Jolie Pitt in Namibia geboren, einen Monat später gab es zuerst einmal Fotos auf Titelseiten von People Magazine, wurde auch wieder für Millionen verkauft und gespendet. Im Oktober 2006 gaben Brad Pitt und Engineer Jolie bekannt, dass sie erst heiraten würden, wenn alle Menschen in Amerika heiraten könnten. Also haben sie sich auch für die LGBTQAI Plus Community eingesetzt, schon sehr, sehr, sehr früh. Dann wiederum ein paar Monate später, 2007, also ein Jahr nach dem Geburt von Shiloh, reisten Brad Pitt und Angelina Jolie nach Vietnam, um den dreijährigen Pax zu adoptieren und das neueste Mitglied der Jolie Pitts. Wieder ein Jahr später Angelina Jolie schwanger mit Zwillingen. Vivian und Noxlien, genau, Noxlien und Vivian Marcellin werden dann in Nizza geboren, in Frankreich. Und auch da kam natürlich, haben sie ihre Fotos wieder verkauft, das erste Foto der Familie und haben dann wieder das Bild für Millionen Dollar verkauft und dann für wohltätige Zwecke gespendet. So, April 2012. Sie haben jetzt ihre große Familie von sechs Kindern und waren aber die ganze Zeit nicht verheiratet. Und Angelina Jolie hat ja auch immer gesagt, nee, und heiraten, das wollte sie ja. Sie waren ja sehr unkonservativ. Aber dann, 2012, wurde es offiziell, Angelina Jolie beginnt, so einen sehr, sehr schweren Verlobungsring zu tragen. Eine Million Dollar soll er schwer sein oder teuer sein und sie waren dann verlobt. Und zwei Jahre später, in 2014, haben die beiden dann geheiratet in ihrem gemeinsamen Chateau Miraval in Frankreich, wo alle sechs Kinder an der Zeremonie beteiligt waren. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Brautkleid von Angelina Jolie. Das war ja über und über mit Kinderbemalungen oder von den Kids bemalt worden. Eigentlich auch sehr süß. Maddox und Pex führten ihre Mutter zum Altar. Sahara und Vivian sind die Blumenmädchen und Shiloh und Nox waren die Rinnenträger. Ja, und dann war es irgendwie, finde ich, recht ruhig um die Familie in der Zeit. Und bis dann August 2016, also ich sage, recht ruhig, sage ich jetzt. Ich glaube, Nina hat gleich was ganz anderes zu erzählen. Und dann August 2016, also zwei Jahre, nachdem sie geheiratet haben, reicht Angelina Jolie die Scheidung ein. Auch wieder mit der gleichen Begründung wie damals Jennifer Anderson wegen unüberbrückbarer Differenzen. Sie beantragt das alleinige Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder und der Anwalt des Paares, Robert Offer, gibt eine Erklärung ab. Diese Entscheidung wurde zum Wohl der Familie getroffen. Sie wird sich nicht dazu äußern und bittet darum, dass die Familie zu diesem Zeitpunkt ihre Privatsphäre behält. So, und ich frage mich natürlich, hä, es war doch eine Happy Family. Brad hat endlich seine große Family bekommen. Sie haben sich auf der ganzen Welt eingesetzt für wohltätige Zwecke. Irgendwie war doch alles endlich mal schön. Nina, was ist passiert? Was ist hinter den Kulissen passiert? Ich habe jetzt einfach wirklich nur die Draufsicht gemacht. Was ist schiefgegangen? Und vor allem, was passiert eigentlich seit August 2016? Das erzähle ich euch jetzt. Also, ich fange aber ein bisschen eher an. Es gab nämlich schon vorher ein paar Gerüchte und Schlagzeilen. Und zwar tatsächlich im Jahr 2009. da erschien nämlich ein Buch mit dem Titel The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie. Also, die unerzählte Geschichte von den beiden. Und darin hat der Autor viele schockierende Anschuldigungen erhoben. Er behauptet, dass er dafür mit über 900 oder fast 900 Quellen gesprochen hat. Unter anderem heißt es darin, dass Brad Angelina betrogen haben soll. So. 2010, also nur ein Jahr später, gab es dann erstmals wirklich, ja, größere Gerüchte über eine Trennung oder eine mögliche Trennung von Jolie und Pitt. Ein britisches Klatschblatt, das es heute nicht mehr gibt, berichtete, dass das Paar kurz vor dem Aus stünde. Das Vermögen der beiden würde aufgeteilt werden und die Kinder sollten bei der Mutter, also bei Angelina, bleiben. Diese Gerüchte wurden dann natürlich auch von zahlreichen anderen Medien aufgegriffen und Pitt und Jolie verklagten dieses britische Klatschblatt wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte, weil es eine Falschmeldung sei und die beiden bekamen dann auch Recht. von einem Richter zugesprochen, erhielten eine Entschädigungszahlung, die Höhe ist unbekannt, es muss aber recht viel gewesen sein und das Geld floss dann in deren Foundation. Also die haben das dann auch wieder für gute Zwecke sozusagen zurückgelegt und trotzdem waren halt eben, ja, diese unschönen Schlagzeilen waren natürlich trotzdem, ja, in der Öffentlichkeit und man spekulierte so ein bisschen, aber dann kam Ruhe, ich meine dazwischen, wir erinnern uns an das, was Fredi erzählt hat, dann haben die auch erst geheiratet und sowas alles, ne, also im Prinzip eigentlich der Welt wieder gezeigt, hey Leute, alles ist gut, so wir sind immer noch das Traumpaar, für das ihr uns haltet, bis dann eben, Fredi hat es ja schon angedeutet, 2016 plötzlich Angelina Jolie die Scheidung einreicht und da kann man wirklich sagen, dass eigentlich da, ja, der ganze Mist so richtig losging, der Anwalt von ihr sagte danach auch, diese Entscheidung wurde zum Wohle der Familie getroffen, sie wird sich nicht äußern und bittet darum, dass die Familie zu diesem Zeitpunkt ihre Privatsphäre behält. Trotzdem fragte man sich natürlich, wie kann das sein, so plötzlich, auf einmal und vor allem, warum, und seitdem tobt eigentlich wirklich dieser Rosenkrieg zwischen diesem Traumpaar, dem einstigen Traumpaar, es geht um das Sorgerecht der Kinder, das hat Fredi ja eben schon erzählt und es geht aber auch vor allem um dieses gemeinsame Weingutschateau Miraval, das haben beide nämlich 2008 gekauft zu einem Preis von rund 26 Millionen Euro und das liegt offensichtlich beiden sehr, sehr, sehr am Herzen, denn ja, beide können sich irgendwie nicht so wirklich einigen, wer das jetzt bekommen soll, aber da wird es auch nochmal ein bisschen komplizierter, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Es ist aber so, dass immer wieder beide Seiten irgendwie schwere und neue Vorwürfe erheben und immer wieder irgendwie, ja, dunkle Details aus der gemeinsamen Vergangenheit ans Licht kommen und immer wieder, so wie es auch in den meisten Geschichten ist, das wird denen natürlich hier auch nicht erspart, melden sich auch diese sogenannten Insider zu Wort. Ich finde das ja immer so, wenn ich das in einem Artikel lese, denke ich mir immer, oh Gott, hier ist schon wieder irgend so ein Insider, aber da sind einige dabei, die sicherlich dann doch irgendwie ihre Berechtigung haben, sag ich mal. Einer hat jetzt ganz aktuell gesagt, Brad Pitt sei nicht gegen seine Ex-Frau und auch, dass Jolie diese gesamte Situation unglaublich traurig finden würde und das gesamte Umfeld der beiden würde wohl auch überhaupt nicht begreifen, wieso die beiden immer noch keine Lösung gefunden hätten und irgendwo so ein bisschen die Scheidung ja abschließen können. Das geht ja jetzt schon, ist sie immer noch nicht abgeschlossen, bis heute. Doch, doch, warte, komme ich gleich drauf, also zu dem Zeitpunkt war das, so um das Jahr 2016, wobei man sagen muss, dieser Rechtsstreit, der zieht sich bis heute, aber die Scheidung ist eigentlich durch, da komme ich gleich drauf zu sprechen. 2018 haben sich beide auf eine vorläufige Entscheidung geeinigt, was das Sorgerecht angeht. Zu dem Zeitpunkt erlaubt wurde nämlich Pitt erlaubt, seine Kinder zu besuchen, mit ihnen zu telefonieren. Zu dieser Zeit war Jolie nämlich mit denen in London, weil sie dort Dreharbeiten für den Film Maleficent hatte. Herrn Richter hatte dann entschieden, dass Pitt unbeaufsichtigte Telefonate und Nachrichten mit jedem, der Kinder führen darf und stellte so einen Zeitplan auf, nachdem Pitt Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, ohne Jolie, also die musste nicht dabei sein, dafür aber mit einem Therapeuten. Anschließend bekam Pitt zu einem Teil das Sorgerecht für die fünf Jüngsten. Maddox, der Älteste, durfte selbst entscheiden, wie er Zeit mit seinem Vater verbringen möchte, denn er war zu diesem Zeitpunkt schon 16 Jahre alt. Deswegen war das so seine eigene Entscheidung und das galt einfach nur dafür, dass Brad Pitt quasi in Los Angeles dann noch Zeit mit seinen Kindern verbringen durfte und nicht immer wieder irgendwie danach fragen musste. Also da hatte man so kurz das Gefühl, vielleicht wird es ein bisschen besser, aber nein, es wird wieder schlimmer. Kleiner Teaser. Seit 2019 sind sie offiziell kein Ehepaar mehr, also da war dann sozusagen die Scheidung durch. Ein Richter erklärte die beiden nämlich dann für rechtlich ledig, was vor allem dem Hintergedanken auch dienen sollte, sagt man, dass sie seitdem halt auch ihre Steuern nicht mehr zusammen zahlen müssen und so, also dass die wirklich dann einfach getrennte Wege gehen können und nicht mehr so doofe Sachen, die irgendwie miteinander verbinden. 2020 gab Angelina Jolie der Vogue India ein Interview, in dem sie sagte, dass sie die Trennung von Pitt nach wie vor für die richtige Entscheidung hält. Sie würde die Gerüchte, die über ihre Familie kursierten, auch sehr traurig machen, also dass die da immer wieder so Streits haben und so, das ging ja dann immer durch die Medien und sagte, ich konzentriere mich weiter auf unsere Heilung. Einige haben mein Schweigen ausgenutzt und die Kinder sehen Lügen über sich selbst in den Medien, aber ich erinnere sie regelmäßig daran, dass sie ihre eigene Wahrheit kennen. Ende Juni 2020 wird Pitt dann vor ihrem Haus gesehen. Das sorgte dann natürlich kurz auch wieder für Schlagzeilen. Eine Quelle hat danach behauptet, Brett und Angelina haben einen sehr langen Weg hinter sich und sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem sie ihre Kinder gemeinsam erziehen wollen. Eine Versöhnung steht allerdings in den Sternen. Jede Kommunikation zwischen ihnen betrifft nur die Bedürfnisse und die Zukunft ihrer Kinder. Und dann hat Pax zum Vatertag einen emotionalen Post bei Instagram abgesetzt, in dem er schrieb, sein Vater würde nie verstehen, welchen Schmerz er der Familie zugefügt habe. Und irgendwie mit all dem, dass man immer denkt, okay, die kriegen es ja offensichtlich nicht hin, sich irgendwie zu verstehen und dass die da sich irgendwie mal versöhnen und so. Und dann dieser Post von dem Sohn. Also immer wieder denkt man so, was ist da vorgefallen? Da muss irgendwas richtig krasses passiert sein, dass das so auseinander gesprengt wurde, ja eigentlich, ne? Aber zu dem Zeitpunkt wusste man das noch nicht. Es gab immer wieder so ein paar Gerüchte irgendwie, dass Brad Pitt total ausgerastet sein soll, aber so richtig wusste man es noch nicht. 2021 sieht man Jolie immer wieder mit den Kindern bei Premieren und so. Also sie ist in der Öffentlichkeit dann immer so, macht einen auf heile Welt. Sie irgendwie die Löwenmama mit ihren Kids. Brad Pitt nie dabei. So. Ich versuche das so ein bisschen zu umreißen, dass wir so grob einen Zeitplan sozusagen kriegen und einmal wissen, wie so die einzelnen Jahre beziehungsweise Stationen in diesem ganzen Prozess aussahen. Wir wissen ja alle oder die meisten wissen sicherlich, dass Jolie auch sich krass einsetzt für Frauenrechte und für sowohl im Ausland als auch in Amerika und so hat sie 2022 vor dem US-Kapitol über Gewalt gegen Frauen gesprochen. Auch in diesem Jahr hat sie dann ihre Tochter Sahara zu einer Uni-Veranstaltung begleitet. Pitt war nicht dabei mal wieder, hat aber dann bei einer Premiere darüber gesprochen und sagte, ich bin stolz auf sie, also auf Sahara. Sie ist so klug und ich bin sicher, sie wird auf dem College nur noch mehr aufblühen. Zu dem Zeitpunkt gab es auch Gerüchte, dass Brad Pitt und Emily Ratajkowski, Model und Schauspielerin, sich daten sollen, aber da ist nicht wirklich weiter, irgendwie muss man nicht weiter drauf eingehen. Der Rechtsstreit der beiden geht auch in diesem Jahr weiter, immer noch vor allem das Weingut und dann geht es los. Zum ersten Mal kommen nämlich die Gerüchte an die Öffentlichkeit über einen sehr verhängnisvollen Flug. Es ging um einen Flug von dem Chateau Miraval zurück nach Hause in die USA und das war wohl in einem Privatflugzeug und das, was da passiert sein soll, soll eben sozusagen die Spitze des Eisbergs gewesen sein beziehungsweise dann kurz darauf eben auch zu diesem Sorgerechtstreit geführt haben. Also das war wohl 2016, kam aber erst Jahre später raus. Es heißt, dass Pitt im angetrunkenen Zustand oder so im Alkoholrausch steht in den Medien oft, sowohl Angelina als auch Maddox körperlich attackiert haben soll. Er soll sie gestoßen und bedrängt haben und geschrien haben, du ruinierst die Familie. Die Rede ist von Schütteln, von Würgen und einem Schlag ins Gesicht. Angelina Jolie wirft ihm danach physische und verbale Übergriffe vor und sie und die Kids seien seitdem nicht mehr in der Lage gewesen, auf das Weingut zurückzukehren, weil es eben so traumatisch war, dieser Vorfall. Und ich ertappe mich dann immer irgendwie selber dabei, dass ich so darüber nachdenke und denke, kann das sein? Also ist das wirklich passiert? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man steckt die irgendwie dann doch beide jeweils in so eine Schublade, wenn man die nur von außen betrachtet. Man sieht Brad Pitt und denkt sich so, okay, dieser Sunny Boy, der irgendwie total witzig ist und immer gute Laune verbreitet, so wie jetzt aktuell auch wieder in Venedig, da ist er mit George Clooney auf dem Teppich gewesen und hat irgendwie alle zum Lachen gebracht. Der irgendwie so smart und einfach nahbar irgendwie ist. Und Angelina Jolie hingegen, die so kalt wirkt und so distanziert und immer so weit weg und irgendwie denkt man so, sie ist diejenige, die er ausrasten würde. Also zumindest ist das so mein Eindruck immer gewesen. Und dann mit diesem Alkoholrausch plötzlich, dazu muss man sagen, dass er selbst auch mal in einem Interview erzählt hat, dass er ein Alkoholproblem hat. Und dieses Alkoholproblem hat er wohl erst auch nach der Trennung von Angelina Jolie im September 2016 dann eben in den Griff bekommen. Das heißt, dass der da in diesem Flugzeug im Alkoholrausch eben ausgerastet sein soll. Das kann ja gut möglich sein. Also bloß, wenn man irgendwie denkt, nee, der macht sowas nicht oder der sieht so nett und smart aus und es passt auch so ein bisschen zu dem, was Friedi eben schon anfangs sagte, dass der da irgendwie so eine andere Seite vielleicht auch hat. Warum denn auch nicht, dass der da irgendwie sicherlich, vielleicht hat sie ihn auch irgendwie provoziert mit irgendwas, die haben sich gestritten, keine Ahnung was, aber dass er de facto gerne mal zu viel getrunken hat, das hat er so wird wirklich auch gesagt. Ich habe zu viel gesoffen, ist ein Zitat von Brad Pitt. Er hat sich danach auch bei den anonymen Alkoholikern Hilfe gesucht und irgendwie das wohl in den Griff bekommen. Anderthalb Jahre war er wohl bei den Treffen dann auch von denen, aber er hatte zu dem Zeitpunkt, da steht fest, das ist eine Tatsache, ein Alkoholproblem. Ich habe auch, als ich ihn mal ein bisschen rumgelesen hatte, wurde er auch mal gefragt, ob das auch der Grund gewesen war für das Eheaus, ob der Alkohol und der Grund war und da hat er nur dazu gesagt, das will ich auch eigentlich sagen, ich bin zu weit gegangen, deshalb habe ich mit dem Trinken aufgehört. Also er hat nie gesagt, ja der Alkohol ist der Grund für die Trennung, aber er gibt zu, dass er zu weit gegangen ist und dass er dann nach der Trennung versucht hat, das Thema Alkohol in den Griff zu bekommen. Also es würde ja auch dafür sprechen, dass das, was in dem Flugzeug passiert ist, dass das der Wahrheit entspricht, dass das wirklich, dass er da so ausgeflippt ist und einfach seine Familie handgreiflich angegangen ist, was natürlich absolut nicht geht, was der Horror ist und da kann ich auch Engineer Julie verstehen, die dann sich so vor ihre Kinder stellt und versucht, ihre Familie zu beschützen und man denkt ja immer, dass dieses ganze Ruhm und Aufmerksamkeit, dass das schön ist, aber das hat wohl den Brad Pitt ganz schön getroffen und ich habe ja erzählt am Anfang, dass er in den 90ern sehr schnell berühmt geworden ist und er sagte mal, das wäre ihm alles zu schnell gegangen und er sagte, ich wurde ständig bewertet und verurteilt, ich wurde zu einem richtigen Einsiedler, ich habe gekifft, bis ich nichts mehr mitkriegte und hat er dann irgendwann zur Flasche gegriffen. Also scheinbar dieses Sunny Boy und so selbstbewusst ist er halt gar nicht, sondern wahrscheinlich waren immer die Frauen an seiner Seite, die selbstbewussten und er war eigentlich ja ziemlich lost und konnte auf dem roten Teppich aber sehr, sehr gut schauspielen. Das ist auch sein Job. Es gibt auch Schlagzeilen dazu, dass es schon vor diesem Flug eben Auseinandersetzung gegeben haben soll. Also Jolis Anwalt hatte dann einmal der Daily Mail mitgeteilt, dass Pitt schon vorher gewalttätig geworden sein soll. Dies wurde jedenfalls von Joliso zum Protokoll gegeben und dieser Ausbruch während des Fluges sei aber der erste gewesen, der sich dann auch gegen die Kinder richtete. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Pex da gepostet hat am Vatertag, dass der Vater gar nicht wüsste, welchen Schmerz er der Familie zugefügt habe und es gibt noch weitere Anzeichen, die so ein bisschen dafür sprechen, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Angelina Jolie habe jedenfalls länger darunter schon gelitten, dass er sich einfach nicht im Griff hatte. Sie hatte ihm wohl auch ein Anti-Aggressionstraining irgendwie vorgeschlagen oder ans Herz gelegt, das habe er nicht machen wollen und deswegen habe er sie wohl 2021 zu einer Stillschweigevereinbarung gedrängt, damit sie nicht über seine Attacken spricht in der Öffentlichkeit, dass das eben nicht rauskommt. Brad Pitt hingegen bestreitet diese Vorwürfe und das hatte ich ja eben schon gesagt, das FBI hat dann den Vorfall im Flugzeug auch untersucht. Er wurde nicht angeklagt daraufhin. Sie wollte daraufhin Einsicht in die Dokumente haben und sein Verteidiger oder seine Verteidiger sagten dann damals zu diesem Fall, jedes Mal, wenn sie, also Jolie, nicht das bekommt, was sie will, fügt sie völlig unwahre Informationen hinzu. Also die spielen dann wieder mit diesem Bild, was man vielleicht von außen von Angelina Jolie hat, nämlich dass, wenn etwas nicht nach ihrer Nase tanzt oder nach ihrem Willen funktioniert, dass sie dann eben einfach auch vor Lügen nicht Halt macht. Dieses Unberechenbare von Angelina Jolie und dieses Divenhafte, ich glaube, ich finde das immer so krass, was die Medien für Bilder erzeugen können mit ihren Schlagzeilen, dass du wirklich Menschen damit einen Stempel aufdrückst und denen ein Image gibst, was vielleicht gar nicht mit der Realität zu tun hat. Ja, total, absolut. Man tappt sich ja selber dabei, dass man da so von geprägt oder manipuliert schon fast wird in seiner eigenen Meinung. Apropos Meinung, es soll auch immer wieder ewige und andauernde Meinungsverschiedenheiten der beiden gegeben haben, was die Kindererziehung angeht, was dann auch zum Aus der Ehe irgendwie so ein bisschen geführt haben soll. Die beiden hatten unterschiedliche Ansichten von Kindererziehung oder Ansätze, könnte man schon fast sagen. Und daraufhin haben sie sich wohl immer gestritten und heftig diskutiert. Und das ist so ein bisschen zurückzuführen auf das, was du, Friedi, auch eben schon gesagt hast, nämlich die unterschiedlichen Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind selbst. Also Brett, der irgendwie Struktur hatte mehr und deswegen auch mehr Regeln für seine Kinder wollte und Angelina, die irgendwie so ein bisschen eine andere, lockerere, sag ich jetzt mal, Erziehung genossen hat und wollte, dass die Kinder von klein auf sehr unabhängig sind und Selbstverantwortung übernehmen. Und das sind natürlich zwei grundlegend verschiedene Ansätze für Kindererziehung und deswegen hat es da wohl auch immer geknallt. So, ich habe es ja eben schon einmal angedeutet, dass es weitere Anzeichen gibt, dass die Kinder sich von ihrem Vater irgendwie distanzieren, weil da eben dieser Flugzeugvorfall sich auch gegen die Kinder gerichtet haben soll. 2023 gibt es nämlich Material von Sahara, die an ihrer Uni, wo sie dann hingegangen ist, in so eine Verbindung quasi aufgenommen wird. und dort hat sie sich mit Sahara Marley Jolie vorgestellt. Das Pit hat sie direkt weggelassen und sofort gegen Spekulationen los ist das das erste Zeichen, dass sich seine Kinder offiziell auch von dem Vater irgendwie distanzieren. Also, das wissen die ja sehr wohl, die haben ja auch PR-Berater, dass wenn das Kind sich da hinstellt und nur mit dem einen Namen vorstellt, dass da irgendwie, dass es da irgendwie losgeht. Und so geht es auch weiter, nämlich in diesem Jahr, 2024, hat auch Shiloh eben öffentlich gemacht, dass sie den Nachnamen ihres Vaters nicht mehr tragen möchte. Und ist deswegen zu ihrem 18. Geburtstag mit Unterlagen zu den Behörden gegangen und hat den Wunsch auf Namensänderung eingereicht. Und das soll Brad Pitt natürlich sehr getroffen haben, weil Shiloh ist deren gemeinsame leibliche Tochter. Bei den anderen, die hat er ja mehr oder weniger quasi so mit adoptiert, ist genau das Gleiche. Ob jetzt der Nachname, wie auch immer, aber bei Shiloh, die beiden haben ein sehr enges Verhältnis früher wohl gehabt. Und dass das so auseinanderbröckelt, das setzt ihm wohl sehr, sehr, sehr zu. Und auch Vivian, also eine der Zwillingskinder, ist bei den Tony Awards in diesem Jahr als Vivian Jolie aufgetreten. Also nicht Vivian Jolie Pitt. Auch die hat es dann quasi öffentlich gemacht. Und das, obwohl man irgendwie kurzzeitig das Gefühl hatte, bei den beiden würde es langsam ein bisschen besser laufen. Und es hatte nämlich dann Anfang des Jahres die Daily Mail auch berichtet, dass irgendwie wahrscheinlich ein Ende im Rechtsstreit irgendwie abzusehen sei, weil Brad Pitt auf das gemeinsame Sorgerecht irgendwie verzichten würde. Aber das wohl auch eher symbolisch, weil man darf nicht vergessen, die Kinder sind ja schon fast alle jetzt erwachsen. Und die Jüngsten, also die beiden Zwillinge, sind jetzt auch schon 16. Das heißt, eigentlich ist das obsolet, dieses Sorgerecht. Aber Brad Pitt soll da eben drauf verzichtet haben. Aber ich habe dann schon wieder Schlagzeilen gefunden aus Juli dieses Jahres, dass es in eine neue Runde geht. Es gibt nämlich da noch im Hintergrund, natürlich auch, dürfen wir auch wieder nicht vergessen, es geht ja nicht nur ums Sorgerecht, sondern auch um dieses Chateau Miraval, wo sie ihre Anteile schon wohl an Dritte verkauft haben soll, weil eben, wir erinnern uns, sie sagt, seit diesem Vorfall im Flugzeug konnte sie nicht mehr dahin zurückkehren, weil es so traumatisch war. Deswegen hat sie wohl, obwohl Brad Pitt Vorkaufsrecht haben soll, eben einen Dritten mit involviert. Und sie fordert jetzt, dass er seine Klage gegen sie wegen des Verkaufs ihre Anteile fallen lassen soll. Das wurde von Brad Pitt zurückgewiesen. Und es ist, also ihr merkt, es ist total, beide, glaube ich, so hat es den Anschein, die wollen beide einfach nicht zurückstecken und aufgeben und wollen irgendwie zeigen, wer der Stärkere ist. Das wird natürlich auf dem Rücken der Kinder irgendwie so ein bisschen ausgetragen. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich manchmal so denke, boah, keine Ahnung, ist Angelina Jolie vielleicht irgendwie, also ich stelle mir dann wirklich vor, wie die zu Hause sitzt mit ihren Kindern und schlecht über Brad Pitt vielleicht auch redet, dass die dann irgendwie das Gefühl haben, sie wollen sich distanzieren von ihrem Vater mit dem Nachnamen. Also wisst ihr, was ich meine? Am Ende wissen wir nichts. Wir wissen nichts darüber, außer, dass er eben einmal öffentlich gesagt hat, er hat ein Alkoholproblem, er ist das irgendwie angegangen, aber erst nach der Ehe, nach der Trennung, also dieser Vorfall im Flugzeug, kann man sich wirklich vorstellen, dass da genauso passiert ist. Aber wissen wir warum? Wissen wir, was sie, weil er hat ja wohl auch ihr zugeschrien, Doro Janis, diese Familie. Warum? Also man weiß nur, dass die beiden sich halt immer schon krass gestritten haben müssen, blautstark auch. Also dass es oft in der Ehe Streit gab, wie du ja schon sagtest, wegen der Erziehung, hundertprozentig wegen seinem Alkoholproblem oder allein im Alkoholrausch, dass es dann halt zu Streit gab, zu Streit kam. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Angelina Jolie vielleicht die einfachste Person ist oder die halt dann schnell nachgibt. Also dass die beiden da so aneinandergeclashed sind, regelmäßig, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das reicht ja schon als Belastung, auch für eine Familie, wenn es einfach zu Hause kein stabiles Elternhaus gibt und einfach sich viel und lautstark gestritten wird. Und wenn die Mutter dann vielleicht auch immer traurig war oder geweint hat, ja, weiß ich nicht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Kinder sich eher auf ihre Seite stellen, vor allem, was ja dann noch die, sag ich jetzt mal, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war ja wahrscheinlich dann einfach so, es hat sich ja bei Jahren aufgebaut, diese körperliche Misshandlung. Und wahrscheinlich, wenn, du hast ja auch gesagt, dass es sich zum ersten Mal gegen die Kinder gerichtet hat. Was meinst du, wie oft sie wahrscheinlich miterlebt haben, wie Brad Pitt handgreiflich gegenüber der Mutter geworden ist? Und wo sie es halt auch hingenommen hat und sie halt erst gesagt hat, stopp, weil jetzt geht es gegen die Kinder und das kann ich so, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, ich finde es auch eigentlich tatsächlich ein klares Zeichen, wenn sich irgendwie die Kinder dann öffentlich dafür entscheiden, nur noch den Nachnamen der Mutter irgendwie zu erwähnen. Das ist ja schon ein Statement. Also das ist schon ein krasses Zeichen nach draußen, wo die sicher sein können, da hört jeder hin und auch der Vater natürlich. Deswegen aber irgendwie, ich finde es auch so krass, dass Engineer Julie sich, was heißt so krass, aber sie hat sich ja nach dieser körperlichen Misshandlung während dem Flug sofort getrennt. Also da war ja gar nichts mehr mit, also weißt du, was ich meine, da muss ja schon so viel passiert sein, dass sie sich emotional ja schon so sehr von ihrem Ehemann und dem Vater ihrer Kinder distanziert hat, dass sie gesagt hat, so das war es jetzt und jetzt bin ich weg. Ich will gar nicht wissen, wie oft sie das schon vorher gesagt hat. Weißt du, sie ist noch einmal und dann bin ich weg und dann war es wirklich so und das war dann das letzte Mal. Ja, erkennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich dann so schwer tut, weil man diese Person irgendwie so witzig und eigentlich cool findet, dass man dann so plötzlich dieses Bild so zerstört wird, weil ich glaube, das ist das, was mir so schwer fällt, dass ich denke so, das kann nicht sein, dass Brad Pitt so ein handgreiflicher Trinker war oder ist oder wie auch immer, weil wenn man den dann sieht, so wie jetzt auch in Venedig mit seiner neuen Freundin, alles easy und irgendwie witzig und alles toll, dann passt das einfach nicht in dieses Bild, was man sich selber ja gezeichnet hat von dieser Person. Ja, ich habe irgendwann mal, habe ich mal so ein, ich glaube, es war um die Zeit rum, wo er die Alkoholsucht zugegeben hat, zugegeben hat, dass er Alkoholiker ist und das Ganze bekämpft hat oder angegangen ist, hat er mal bei der GQ so ein sehr verletzliches, fertiges, man muss ja auch Interview und Fotos gemacht und ich finde, da habe ich zum ersten Mal habe ich so gedacht, so boah, du bist echt irgendwie, du siehst, ich finde, er sieht auch ganz schnell, er ist auch älter jetzt langsam, aber damals sah er schon echt irgendwie durch aus und da habe ich mir einfach gedacht, ey, du musst ja nicht ein böser Mensch sein, er hat halt ein Riesenproblem, er hat nicht den Alkohol und scheint echt ziemlich kaputt gewesen zu sein und vielleicht war es auch einfach ein sehr, 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 sehr dunkles Kapitel in seinem Leben und vielleicht ist er jetzt, hat er sich wirklich herausgearbeitet und vielleicht ist er, ist er jetzt ein besserer Mensch, aber ich glaube, zur Zeit von Angelina Jolie war, ist er vielleicht auch einfach was ein, ja, ist er so ein dunkles Loch gefallen mit der Alkoholsucht, und also jedenfalls kann man, wenn das alles so stimmt und die da sich ständig auch gestritten haben und dann eben das so eskaliert ist und ich finde, das ist ja dann auch richtig, wenn sich ein Vater da irgendwie handgreiflich seinen Kindern gegenüber wird, dass man als Mutter sofort die Reißleine zieht, ist ja nachvollziehbar und irgendwo verständlich, so wie du eben schon sagtest, Fredi. Das war auch nicht leicht, so eine Entscheidung. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Vor allem, weil ich glaube auch, das wird ja Angelina Jolie auch bewusst sein, dass irgendwie, irgendwie ihr sozusagen, oder dieser, dieser, dieser Vamp, den sie selber natürlich auch so ein bisschen kreiert hat, dann in dem Moment natürlich ihr erstmal zum Verhängnis wurde, als da noch nichts bekannt wurde, ne, oder war, weil alle direkt gesagt haben, okay, das kann nicht sein, dass Brad Pitt da irgendwie schuld dran ist, das war bestimmt sie und keine Ahnung was, obwohl es ja schon, wir erinnern uns, 2009 die ersten Gerüchte auch gab, dass er sie betrogen haben soll und so, also eigentlich, und auch danach, ich finde, sie hat sich gar nicht inszeniert in irgendeiner Art und Weise, war eigentlich sehr low-key irgendwie unterwegs und macht weiter ihre wohltätigen, humanitären Geschichten da, dass sie irgendwie in der Welt rumreist und eben Kinder und Frauen unterstützt und sich wirklich einsetzt dafür, das ist das, wo man sie dann mal sieht oder gesehen hat über die letzten Jahre, wohingegen Brad Pitt dann doch irgendwie eher mal auf Teppichen unterwegs war und irgendwie witzig da rumgeschäkert hat, ich meine, das ist vielleicht auch deren, ja, Charakter, aber sie war doch immer sehr zurückhaltend, fand ich und hat sich nicht so oft präsentiert und gezeigt, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das irgendwann hoffentlich mal endet, dieser Streit, weil ich meine, das sind jetzt fast acht Jahre, das darf man auch nicht vergessen, dass das irgendwie die ganze Zeit so weitergeht und die sich da bekriegen, wegen diverser Dinge, ob das irgendwann mal ein Ende nimmt, das wäre denen ja zu wünschen und ob vielleicht irgendwann nochmal mehr rauskommt, was ich aber irgendwie nicht glauben kann, also ich glaube, das war es dann jetzt, das Einzige, was es manchmal noch zu hören bekommt, ist vielleicht irgendwie Rechtsstreit um, mehrer Weih beendet, was auch immer und vielleicht dann nochmal ein Foto von Brad Pitt und seinen Kindern an irgendeinem besonderen Tag, aber ich glaube, mehr wird es da dann, also wir werden nie so wirklich die Wahrheit erfahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt. Ich auch nicht. So, aber ein Fazit ist einfach, am Ende weiß man es nicht, man weiß nicht, was in deren Beziehung passiert ist. Genauso wie es irgendwie die Schlagzeilen rund um Brad Pitt gibt, gibt es ja genauso dann auch von ihr, also das will ich damit sagen, es gibt, wenn man das googelt, die zwei, es gibt unfassbar viele Spekulationen, Meinungen von irgendwelchen Insidern, von irgendwelchen Menschen, die denen auch mal nahe standen. So hat zum Beispiel ein Ex-Bodyguard auch mal erzählt, Angelina Jolie würde die Kinder manipulieren, dass die eben keine Beziehung mehr zu ihrem Vater haben wollen, so wie ich eben auch schon gesagt habe, sitzt sie dann zu Hause und erzählt den Kids, wie schlecht der Vater eigentlich war und sowas alles. Also das möchte ich nur nochmal betonen, wir könnten hier Stunden über Stunden jetzt alle möglichen Meinungen und irgendwelche Interviews von irgendwelchen Leuten erwähnen. Mich würde sehr interessieren, ob ihr vielleicht noch irgendwas kennt oder wisst, wo ihr sagt so, hey, der war so, die war so, keine Ahnung, aber das sind halt alles nur, wie gesagt, Spekulationen, Vermutungen. Ja, die Mutter von Brad Pitt sagt ja zum Beispiel was ganz anderes. Sie sagt ja zum Beispiel, dass Angelina Jolie sein Leben zerstört hat, sie eine manipulative Art hat, eine kontrollierende Art hat, die ihren Sohn zerstört hat. Also mein Fazit ist ziemlich, dass die beiden, wie es aussieht, eine sehr toxische Beziehung hatten. Also ich glaube, dass vielleicht ist sie auch kein einfacher Mensch, er definitiv auch nicht und dass sich ihre gegenseitigen Dämonen, die beide ja haben, wahrscheinlich einfach, wenn die zusammenkommen, dass dann das eskalativ ist. Also sich das dann potenziert, wie heißt das? Potenziert? Potenziert, ja, oh Gott. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Thema, dass er handgreiflich geworden ist gegen sie und gegen die Kinder, ist natürlich ein absolutes No-Go und deswegen ein sehr, sehr starker Move von Angelina Jolie, dass sie da sich so schützend vor ihre Kinder gestellt hat und gesagt hat, das war's, ich beende diese ganze Ehe jetzt. Was in den Jahren davor zwischen, ja, zu Hause passiert ist, bei den hinter verschlossenen Türen, das wissen die Medien im Zweifelsfall auch überhaupt nicht, das wissen nur die beiden, das weiß der engste Freundeskreis und die werden sich wahrscheinlich hüten, darüber zu sprechen und es werden die Kinder wissen, aber wie du schon sagst, die Tatsache, dass sie ihren Namen ablegen von dem Vater, das spricht eigentlich Bände und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter die sechs Kinder da so rein manipuliert hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, es ist natürlich, ja, es ist sehr schwer, es ist ein, ich hatte einen wahnsinnig schwierigen Pack an an diese Folge, bin ich ganz ehrlich. Weil sie so unbefriedigend eigentlich ist, weil wir reden hier nur und ich habe es eben, während ich erzählte, schon in Fredis Gesicht auch gesehen, dass sie das gar nicht befriedigt oder irgendwie gar nicht zufriedenstellt hier gerade, weil man weiß eigentlich nichts. So und wir können jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit hier irgendwelche Sachen reinsprechen, wo wir wirklich sagen können, hey, das war so. Außer, genau, außer diese Tatsache mit den Beweisen, mit den handgreiflichen Tätigkeiten und dass das, dass das sehr wahrscheinlich der Grund war für die Trennung und für die Scheidung. Also das ist, das steht irgendwie fest. Aber was dann noch alles vorgegangen ist, es gibt ja nur Andeutung, dass da noch viel mehr passiert ist. Also ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs und ja. Andererseits muss ich sagen, ich finde es krass, egal wer, wie, wo, was jetzt für was schuld war und was getan hat, dass beide dann doch irgendwie so krass verschwiegen sind darüber und nicht, weil wie oft gibt es auch Leute, die sich dann da hinsetzen und einmal komplett auspacken und den Ex-Partner irgendwie in den Dreck ziehen. Das machen sie ja eigentlich beide auf beide gar nicht. Ja, vielleicht hat Brad Pitt Angst, dass sein Image weiter darunter leidet und Angelina Jolie stellt, glaube ich, ihre Kinder über alles und sagt, das tut den Kindern auch nicht gut. Ja. Das muss ja auch irgendwann mal zu Ende gehen und die müssen ja auch irgendwann mal einfach ein normales Leben führen können und das kann ja nicht sein, dass ihre ganze Jugend und Kindheit von dem Stress und der Trennung der Eltern geprägt ist. Das willst du ja auch nicht für dein Kind. und man ist ja ein Paar und trotzdem auch noch Eltern und man sollte ja eigentlich immer das Beste für die Kinder wollen und das, was die da jahrelang gemacht haben mit der Scheidung hin und her und dann natürlich mit dem ganzen Medienrummel ist es natürlich auch einfach nicht, ne? Naja, nicht schön. Deswegen. Nicht schön. Mhm. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Alles klar. Das war's von uns für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.